Sooo, dann sind wir auch wieder bei Duke Nukem 3D Zusatzkampagne, die Atomic Kampagne Yo, Duke Burger Ähm Ich hoffe, der ist ein bisschen ähnlich zumindest wie der aus N64 gehen Weil dann sind auf jeden Fall viele von diesen Dingen die jetzt jetzt mal draußen Ok, schiff, 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 schiff Ok, dann gehen wir es erstmal hier Oh Irgendwas passiert hier immer Äh, die erste Karte, wo war die? Oh, da hinten ist Ja, äh, irgendwie irgendwas eingestürzt ein ganzes Haus schon Ok, cool, voll wenig HP Ok, irgendwas aufgenommen Ah, Schoßwinter Ok, hier brauchen wir eine blaue Assesskarte und ich glaub die war irgendwo oben wenn ich ihn nicht Ok Oh mein Gott ey, wie viele sind hier von diesem fliegenden Schwein ey Mögen die so sehen den Duke Burger Ah Die 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 Oh Wie Was ist das sowas? Ich glaube, ich habe das Städoyen aus Versehen genommen, super Ah, super, das weg dir gar nicht, hier Oh man, 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 man Lass mich hier in Ruhe, lass mich hier in Ruhe, nicht anschießen Ok, cool, ich heil Ah, das Schwein anschießen Ja, die haben wir wieder voll, Mann Oh mein Gott, ey, ich habe bald keine Munition mehr, ey Soll ich da machen? Ah ja, hier, die Ja, okay, glaube ich, irgendwo Schrotfall in Ruhe Ok, was habe ich hier für Munition noch? Hier Ok, Schrotzwinds habe ich gefunden Was ist das denn für ein Gegner, ey? Was ist das denn für ein Gegner, ey? Wow, 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 wow Wo kam der denn her? So weit habe ich ja noch nie gesehen Wow, woher kommt der andere denn jetzt wieder her, ey? Ich brauche unbedingt was zum heilen, habe ich ein Medikit? Nein, natürlich nicht Oh mein Gott, ey, oh, da ist was zum heilen Ja, das weiß ich, Duke Das weiß ich, Duke Was ist der Ding nach hinten, ey? Ach, pfjuh, noch was zum heilen Was ist der Ding da hinten, ey? Ist das das, ey? Was ist das, ey? Das ist das Duke Nukem Zeichen auf dem Drücken. Wo ist das jetzt hin? Was ist das? Ist das die Granate? Ich warte mal. Ja, ok. Dann lade ich das jetzt. Das ist mir zu gefährlich. Ich glaube, das hat das Ding da geschossen, ey. Ok, cool. Jetzt müssen wir hier irgendwie in das Lagerhaus. Oh, cool. Hier ist noch was. Nehmen, nehmen, nehmen. Ja, hier müssen wir das Lagerhaus aufmachen. Ok. Ok. Wo kommen wir denn da jetzt rein, ey? Ich habe keine Ahnung. Ah, warte mal. War die Karte hier nicht immer oben? Oder hier? Ich bin jetzt echt ratlos. Hier brauche ich die blaue Karte. Die habe ich aber nicht. Ok. Ok, toll. Da ist ja was drin. Aber wie komme ich da rein? Und hier noch was klicken, irgendwie? Äh, ist hier was noch drin? Nein. Hört nicht auf dein Duke Bearer-Signal irgendwie was drauf? Ah Mist, jetzt bin ich hier runtergefallen. Hopp. Hopp. Okay, was sind hier die Geräusche, ey. Die machen mir Angst. Ja toll, dass ihr mir hier alles zeigt, was ich nicht machen kann. Also in dem Sinne. Das ist hier irgendwas, da der explodiert ist. Irgendwas drin? Nein. Irgendwas drin? Nein. Hier irgendwas. Hier irgendwas. Da kann ich hier rein? Nein. Wie soll ich immer diese komischen Geräusche hier? Aha. Jetzt hat sich das hier oben aufgemacht. Okay, jetzt kann man in den Duke Burger rein. Wollen wir das überhaupt, ey? Okay. Okay. Ah. 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 Oh nein, nein, nicht von mir so'n Kratzi. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Mein Gott, ich will. Komm, klappe doch schon auf mich. Na, kann man da irgendwas runterschmeißen? What the fuck, wo bin ich? Hilfe! Super, ich bin irgendwie ins Nichts gefallen. Okay, gut, jetzt muss ich... Toll, das Spiel wieder laden, weil ich im Endlosen Nichts war. Okay, aufmachen. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Aber jetzt versuchen wir das mal ein bisschen exklusiver zu machen. Dann machen wir ein bisschen Munition. No way I'm eating this shit. jetzt wieder so ein kratzen, der kacken war ich glaub ich wollte gerade spucken, hier muss man geschrumpft reingehen war ja aber hier noch mal ein save bevor ich wieder ins endlose nichts rein falle hier will ich nicht entlang soll man sich von ihm hier schrumpfen lassen oder so oh bitte nicht ey, dann hab ich hier verkackt okay 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 super ich glaube das ist jetzt schlecht ah, wo hab ich denn das, oh nein ey immer, hier wir stehen hier schon gekillt, ja, na super ey muss ich hier alles nochmal von vorne machen, ey undrum, so ja graz wirokom undrum, so ja graz wirokom da bei in sowas war na doch es d es gar Das war's. I'm gonna be medieval on your asses, Hulonsar Viel viel einfacher Ok, jetzt hier rein und wieder raus Jetzt kann man sich nämlich die Ammo wiederholen Ok, hopp, hopp Who wants some? Da kann man sich so mit selber schicken Ja, kann man nicht Ok, ha So, was klappt euch alles? Ok, dann mal hier auf jeden Fall ein Safe Und noch einen, falls ich das nochmal verkacke Ah, so No way, I'm eating this shit Ok Anscheinend ruft er mich nicht Keine Ahnung wieso Ok, aber was jetzt? Think smaller Ok Wollen wir jetzt hier noch einen Mit E E Ok Ja Komm auf mich klein Komm, schumpf mich Schumpf mich Lass mich schumpfen und nicht geklazen hier Normalerweise schumpfen die einen, aber Habt ihr das jetzt nicht mal? Weiß ich auch nicht Ah, geht doch Schnell, 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 schnell Ah, ok, cool Mein Gott, sie sollen nicht auf mich drauf treten Verdammt Ok Er schrumpft nicht Aber Wow, wie viel Schaden ich dafür genommen hab Kannst das mal hier voll machen? Ok Er schrumpft mich Obwohl, ich probier mal was Ich will den jetzt mal Aber das war ein Spiegel Ah Ich bin ja auch so ein Idiot Ich bin ja auch so ein Idiot Ok, gut, dann können wir den jetzt ganz einfach killen Gut, wer hätte gedacht, dass das klappt Gut, wer hätte gedacht, dass das klappt Ah, nicht auf mich drauf treten Das ist hier eine Geburt, ey Das ist hier eine Geburt, ey Und das stimmt, ich hab ja nicht mal meine tollen Waffen oder sonst was Ich hab ja nicht mal meine tollen Waffen oder sonst was Ok Ok Da stimmt da oben war was Ok Woow, ok, vielleicht sind sie in die Fresse geschossen Er ist ja noch so ein schneller auf mich draufzucker, das hätte ich nicht gedacht Ok, wo ist denn das hier oben? Ach, von den Expander Von den gibt's doch hier glaube ich gar nicht, dass er einen losmacht Von hier irgendwie die Waffe wechseln oder so? Ach doch, der ist jetzt hier neu Oh, da ist einer Ich kann schweigen, dass er explodiert ist Mann, ich hab was tolles da gelassen, ey Hier ist hier was, ooooh, super Was zum heilen Ich brauch doch eigentlich irgendwas, was da durchgeht Da hab ich immer hier eine Pilepumpe oder so Ah, gar nichts mehr, oder? Scheiß Ah, ja, am besten Naja, stimmt, hier ist die Pilepumpe und so Da darf ich die einfach nicht benutzen Äh, zumindest einer muss ich mir lassen Ich habe nur einen Schiff Okay Hier noch mal ein safe Mein Gott, was für ein langer Level Aber da ist lang Aber nur so viele Failed Na, jetzt hab ich nur eine Chance, deshalb will ich die nicht vergeigen hier Okay, das ist ja schonmal gut gegangen, wenn ich hier oben mein Medikit haben Na, jetzt kann ich hier Oh, Hände Scrappy-Doo? Ach, das ist von Scooby-Doo der Kleine, den keiner mag Sein Käfig ist Oh, sieht sogar so ähnlich aus Ich bin der Scheiße-Gobbinger jetzt Naja, ich kille ich nicht Ich bin der Scheiße-Gobbinger jetzt Ich drehe dich auf die ganze Scheiße von denen Aieieieiei Okay, was sind hier draußen? Okay, so viele von den Panzern habe ich keine Lust drauf Ach, ich hätte es nicht geglaubt, aber Wow Wow, 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 wow Wir haben es geschafft So, das sehen wir jetzt erstmal im nächsten Mal In der Shopping Mall Bis dann, tschö Okay 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 Okay